Tiny Tinas Tiny Tinas Tiny Tinas Tiny Tinas Tiny Tinas Wonderlands Ja Willkommen Leute, Willkommen zu Tiny Tinas Wonderlands Part 15 Weil das der 15. Part ist Der 15. Part ist den ich von Tiny Tinas Wonderlands Zocke und Streamer Weil ich tue zocken und Streamen und nicht streamen und zocken Sondern ich tue zocken und streamen Das ist ein Unterschied So Ich habe heute auch Fortnite gezockt, Youtube geguckt Entschuldigung, ich gehört habe das schon unhöflich und der Katzenklo sauber gemacht und Äh Ja Ja Es war eigentlich schon soweit Äh Entschuldigung, bitte So Äh Ich bin Level 28 Pestgeschwänzt und äh Äh Ich habe eine Rüstung und eine Laute und äh Ich bin bei Kapitel 6 und äh Ja So Ich muss kurz gähnen So Ich muss kurz gähnen Sie has you Say Fred You can't escape from this Say Valentine What have you to say to that Say Tiny Tina to you now Weil Es ist so Du hast gelacht Als äh äh Fred und Valentine gesagt haben Ey das ist nicht fair Weil sie die Würfel nicht in die Finger bekommen um um damit zu spielen Weil die lieben Bankers und Badasses und die dürfen nicht spielen weil Tina ihnen das verboten hat Und du darfst würfeln Weil ihre Weil bei Fred und äh 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 Valentine die Charakterbögen Die waren Naja Die haben Mist gebaut Und deswegen kriegen sie die Würfel nicht zum Spielen und das war Das ist nicht fair Haben sich beschwert bei Tiny Ey komm schon Das ist nicht fair Und du natürlich so Höhöhöhöh Leise am Lachen Und Tina hat dich dabei erwischt und gesagt Ey Warum lachst du und sag mir nicht dass du nicht gelacht hast Ich habe gehört dass du gelacht hast Ja Und in Part 14 war dazu Bumm sie hat dich Sagt Fred Äh das Von da äh das kann Das kannst du nicht entkommen Sagt Valentine Was hast du dazu zu sagen Sagt Tina jetzt zu dir Und da ist Tiny Tina Hallo Tiny Tina Hallo Hallo Ja Ja Soweit die Story Und was in Part 14 war Das hier ist Part 15 von Tiny Tina's Wonderlands Und ich wusste kurz kein Mit ihr und ich bitte den die Intensiv Und ich bitte nicht gegönnt habe Ja 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 Also wie gesagt dass hier ist Part 15 Und hier Part 15 ist so ähm, nothing answers you to Tiny Tina, Fred and Valentine they look they look to each other and then back to you aha, okay weil hier in Part 15 sagst ähm, nix sagst, also antwortest du zu Tiny Tina Fred and Valentine sie gucken sich einander einander an und dann gucken sie zurück zu dir aha, aha ach so läuft das, okay weil, äh tja, hast wohl keinen Bock dazu erklären ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit ja, ich muss schon wieder gehen äh entschuldigt, was ich gehe ab peinliche Stelle und so tja, dann werden wir sehen, was dann im nächsten Part passiert, jetzt wünsche ich euch viel Spaß und viel Vergnügen hier bei Tiny Tina's Rollerlands Part 15 werde ich jetzt zocke und schmime dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Vergnügen und weiter geht's mit Tiny Tina's Rollerlands starte ich so, erstmal mal ein bisschen trinken ein bisschen Multivitamin ein bisschen Multivitamin sagt so, zwei Kekse ich mach mir nachher dann, äh, äh, ähm ein Whap mit Tomate und Zwiebel weil ich Bock drauf hab aber erstmal ein paar Kekse ich sollte ihm etwas Tee schicken naja, das muss erst nochmal richtig laden da zählenswert hier auch direkt auf dem, äh, ähm Brunnenplatz zu platzieren das war ja eine ganz dumme Idee so Paladin Mike ist plötzlich der mächtigste Mann im Prachthof ich sollte ihm etwas Tee schicken Paladin Mike ist plötzlich der mächtigste Mann im Prachthof ich sollte ihm etwas Tee schicken so, dann wollen wir mal dann wollen wir mal gegen die böse Bohne antreten diese böse Bohne so, dann wollen wir mal Zwei Köpfe sind besser. Schön, dass du hier bist. Wie war die Reise? Du nimmst fleißig deine Proteine, oder? 80 mal 16. Oh la la. Oh Gott, ich hab so wenig Kohle. Du weißt, wo du mich findest. Oh man. Ich brauch mein Geld. Okay, ich wär weiter draufgegangen. Das ist natürlich nicht cool, wenn ich direkt am Anfang schon draufgehe. Die armen Pilze, die wurden wirklich windelweich geprügelt. Bonageddon, okay. Alles klar, Bonageddon. Oh, was haben wir da? Da ist eine Schriftrolle. Was ist das denn? Die Vorzeichen sind unheilvoll. Ich hab alles versucht, um sie zu warnen. Aber die Idioten hören nicht auf mich. Die Zeichen sind überall. Meine Visionen eindeutig. Ich konnte es selbst im Hühnerklein lesen. Und Hühnerklein lügt nie. Ja, ein weiteres schreckliches Unheil wird jeden Tag über unsere Stadt hereinbrechen. Die Saat der Zerstörung wird vom Himmel fallen und alles in Schutt und Asche legen. Die wenigen Glücklichen, die diese Katastrophe überleben, werde ich ansehen und ihnen zuflüstern. Ich hab's euch gesagt. Okay. Sie hatte ja auch recht. Ah, ich schätze mal, die doch Bewohner wollten nicht hören. Oh, die Stadtbewohner. Also, hier ist kein Würfel. Die Bohne war böse. Das war eine ganz schön böse Bohne. Warum eine Bohne böse ist, das weiß ich auch nicht. Hm. Okay. Und schlafe zu dem Wiegengesang aus Stahl. Gut, gut. Dein Ende kommt mir gerade recht. No! Erhebe dich! Er ist ganz so attraktiver Lakaik! Diese Hände sind bereit für magisches Feuerwerk! Na, hatte einer aber auch mich geballert? Ich würde sterben für einen Kampf! Ich habe kein Mitleid mit dem Zombie! Ich habe kein Mitleid mit dem Zombie! Weil er hat mich als erstes angegriffen! Obwohl das ja nicht stimmt, weil ich habe ja als erstes losgeballert! Aber er hätte ja mich auch angegriffen! Also eine Win-Anti-Situation! Also Win für mich und für die alle nichts! Das ist eine Art Leere, Wind! Ich komme hier nicht aufs Dach! Ich komme hier nicht aufs Dach! Woher ich eigentlich gehen würde! Von einem hier. Woher ich habe ihn mitgebe. Ah, ja, okay, da oben ist ein Wirbel. Aha, da ist ein Obelisk. Äh... Okay, da komme ich irgendwie nicht hoch. Oh, doch, ich komme... Oh, eine Truhe. Okay, gut. Mhm. Nicht schlecht. Das ist mal ein Glückswürfel. Äh, ne Eins. Äh, so ne verdammte Scheiße. Warum ne Eins? Äh, das bricht mir das Herz. Oh mein Gott, das bricht mir das Herz. Äh, ne Scheiß, der mich ja Einzamer. Äh, okay, da ist ein Stadtbewohner, äh, der, äh, ja. Na, ausgerechnet ne Eins. Das macht mich auch noch wütend. Von Eins bis Zwanzig. Ausgerechnet ne Eins. Okay, der ist total cool und, äh, äh, ja. Hey, komm her! Es stehen ein paar Heldentaten an. Bereit? Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Sprich mit Joseph. Ein kleiner Gefallen. Äh, okay. Okay, Bohnenstange in Gefahr. Bringen wir Grünzeug zum Welken. Das lobe ich mir. Mir nach. Ich spüre böse Schwingungen in dieser Richtung. Meine Feenschnurrhaare kribbeln. Feenschnurrhaare sind übrigens unsichtbar, weil magisch. Okay. Okay. Hey, hör mal! Wir müssen die anderen Dinge auch reinigen, wenn wir den Parasiten erreichen und die Bohnenstange retten wollen. Heb mich hoch! Oh, schau nur, wie winzig klein er ist. Aha. Oh, ist er nicht süß? So, so winzig klein und aufhebbar. Ich spüre noch drei dieser bösen Blumen in meinen Feenschnurrhaaren. Die nächste ist am Leuchtturm. Also los! Okay. Was zum! Ist er ein Schaf, der nicht da durchfällt? Alles klar Da oben ist ein Schusser Ich muss irgendwie da hochkommen Weil er da oben ist Und ja Jetzt aber eine volle 20 Ach, eine 9 Naja, besser als eine 1 Eine 1 Schadenangeböse Und ja, besser als eine 1 Schadenangeböse Okay, der geht weg Der geht auch weg Weil der ist ja noch heftiger Das ist ganz von Metal Und ja, besser als eine 1 Schadenangeböse Und ja, besser als eine 1 Schadenangeböse Und ja, besser als eine 1 14,8 10,4 Okay Okay Nee Erstmal das da machen Weil ich äh Das da machen will Ja 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 Hmm? Don't jump. Oh, das Ding ist auch schnell. Das ist richtig schnell. Das ist gut. Da den hat nichts ausmacht, hatte ich hier die Kassettenblinder. Ein Moment mal. Okay, ich wollte es schon gesagt haben. Oh, ich bin einfach hier durchgefallen. Oha, lol. Ein Episches bekommen, okay. Das, äh, das war nett. Dieser Obelisk wird einen geflügelten Wimmern heraufbeschwören, verdorben und boshaft und, äh, sicher noch dieser, als ich gerade beschreiben kann. Aha, okay. 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 Das war's für heute. Sie schreien nach Blut, und Blut werden sie bekommen! Diese Seele verunreinigt jetzt die Gewässer der Unterwelt. Ich habe gerade nicht kapiert, was abgegangen ist, aber okay. Was? Zu mir! Teleportiert mich doch einer! Oh, bei einer bin ich runtergefahren! Hör mal! Oh, bei einer bin ich runtergefahren! Hör mal! Oh, meine Zauber-Slots in Heaven! Ja, nee, ist klar! Ist ja gerade eine Schneekugel. Schwingen werden nicht mehr schlagen. Das ist doch schon mal gut. Ein Obelisk mehr geschafft. Das ist doch ein Obelisk mehr. Ich habe ja auch was Legendäres bekommen, also so schlecht ist der Kampf nicht gewesen. Und die Gegner waren auch nicht so ohne. Okay, ich habe glaube ich hier alles durchsucht. Okay, ich habe jetzt soweit alles durchsucht. Aber da ist noch was gewesen. So. Wollen wir mal sehen. Gelwürfel der Rache Schaden 670 mal 2 ist für eine Krise Franzabklingzeit 8,1 das ist gut. Die Apothüse ist angebrochen. Die Apothüse Apothüse Zauberschaden Zauberabklingzeit ist nur ein Projekt pro Zauber höchstaffig gegen Rüstung. Ok Selbstzauber wird auch anders Bond Hydra Gefährten die Feind in die Nähe eingreifen. Aber das ist nicht schade. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Banner von Doppelstander und Bänder. Oh, nicht schlecht. Doppelstander Mann, du hast einen weiten Weg für meine Kugel auf dich genommen. Umbra-Eiskugel. Verzorber, solange der Action-Skill aktiv ist, wird der Dunkel Magie-Schaden um 20% erhöhen. Grundverlangsamtsfeinde Ok. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Würfe, die sind toll. Besonders war meine Abklingzeit ja richtig beinahe auf Wie viel Abklingzeit habe ich? Fünf. Ich habe ungefähr sechs Sekunden. Ich habe ungefähr sechs Sekunden Abklingzeit. Jetzt werden Zauber abgefeuert. Das ist viel. Ist zwar kein Eis, aber das ist viel. Das kommt gut. Und ich fliehe auf hart, also auf den harten Schwierigkeitsgraden. Das war mal der Brunnen. Wie ich mal so fand, wo kommt ich da hin? Was ist denn mit dem passiert? Okay, da wird Holz gehackt. Wenn ich den jetzt in den Rücken treten würde, der würde einfach runterfallen. geht nicht. Das ist Sparta. Aber das geht leider nicht, weil das leider nicht geht. nicht. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Okay, ich bin wieder voll. Ach, der arme Skaff. Was ist denn da? Da ist eine Rakete. Okay. Da ist eine Rakete. Da ist eine Rakete. Da ist eine Rakete. Boah, 129.000, aber ich habe das gerade erst mal gesehen. Aber solange der Action-Skill aktiv wird, der Elementarstand um 14% erhöht. Das wäre natürlich heftig. Du wirst toll aussehen, wenn du damit begraben wirst. Hahaha, sehr witzig. Ich habe doch hier irgendwo gerade noch ein Rätsel gesehen. Da ist auch so ein Ding. Ich muss jetzt nur das passende finden, damit ich da durchkomme. Hier ist noch ein Würfel. Das ist gut. Das ist gut. Eine 14, bitte. Je mehr Würfel, desto besser wie Bäuche. Eine 15. Nett. Das ist schon mal nett. Das ist gut. Wobei, dann bin ich runtergefallen nochmal. Oh, okay. Oh, okay. Ich muss hier... Irgendwas machen. Der Grand-Price, okay. Große Preis, okay. Große Preis, okay. Okay. Ich komme da nicht weiter. Weil... Okay. Da ist der Schuster, da muss ich hin. Ich muss irgendwie hier rüber kommen. Okay. Wie komme ich denn da hin? Ah, mein linkes Ohr juckt. Oh, Entschuldigung, mein linkes Ohr, das hat so dermaßen gejuckt. Oh, das war so schlimm. Hier war, ah, da, 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 äh, da haben wir ihn. Ritzel, 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 Ritzel. Ritzel, 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 Ritzel. Ja, ja, eine der Finsternisse entgegen! Magie wurde soeben wieder auf die Karte gesetzt. Was immer du da machst, es sieht tödlich aus. Also weiter so! Ich will doch nur das Rätsel lösen! Rätsel, 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 Rätsel! Rätsel! Händler Magenta-Chrome, Rüstungsfarbe. Okay. Okay. Don't jump! Da hinten ist der Erste. Okay, ich müsste hier rüberjumpen. роль ich an. ... ... ... ... ... Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Swift ist das schnellste. Okay. Hast du die Nachrichten bekommen? Okay. 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 Zwei Köpfe sind besser. So sieht man sich wieder. Wie unhöflich. So sieht man sich wieder. 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 Oh, 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 oh wie nix oder oh wie Mahlzeit oder oh mein Gott, ich rieche alles oder was soll ich mir da vorstellen. Bei mir ist alles so weit ist alles gut. Null. Achso. Achso, ich riech's, äh, Null. Achso, okay, Null. Ja, das ist natürlich ganz scheiße. So, dat ist der erste von denen gewesen. Den hab ich platt gemacht. Dat war der zweite, dat war der dritte. Jetzt klau ich ein bisschen die Tageseinnahmen. Wo ist der, äh, Rivan? Der wird nämlich hier eigentlich ausgestopft sein. Ach, da ist er. Okay. Dat ist doch schon mal ein schönes Detail. Das heißt, wenn du, äh, da werden die Gegner alle hier aufschabiert. Der ist natürlich, äh, auf der Tischplatte. Dat war ein Pilz. Ich musste gegen einen Pilz kämpfen. Ich hätt' mir selber auch den Pilz tun sollen, ne? Ha. Tja, der Rivan, der ist flugunfähig. Ich hab die Wände beschmiert. Aber die Taverne sieht immer besser aus. So. Jetzt wollte ich wissen, wo der ist. Wo wird der, äh, äh, wir waren auch, äh, aufbebart. Immerhin. Sieht doch gut aus. Ja, der ist hier nüber. Ja. 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 Halt! Du hast recht, das passt überhaupt nicht zur Stimmung. Ich habe noch eins. Sag's deinem Köchenschappwirt, nur das Beste, dies ein von dem Feinsten, das da kommt aus dem Hahn, die Hoheitsgeleitung, und es sei dir ein Feste. Ich bin Luxus. Lemonade ist gut für die Haut. Was glaubst du denn, warum ich wie ein Teenager aussehe? Halt, ich muss erst auf der Oberfläche wieder was machen. Bevor ich zur Bohnenstadt weiter geh. So. Wie gesagt, bei mir ist alles gut. Oh oh oh! Oh la la. 405. Das Ding ist mal heftig. und die beiden gehen weg weil das ist nichts auch wenn die Pestruferkraft erhöht worden ist plus 3 maximale Gesundheit 11% Fähigkeit kritisch und Nahkampfschaden sieht doch richtig gut aus ich höre ständig die Rufe der Königin hinter mir von großen, armen Augen, die jedem Abgegabe hinter hier starren Mann, ich weiß ja, dass ich in in einer Aktivität getaggt bin muss ich das erste Mal wieder verkaufen da 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 Kälte. Ich hab nur zwei mit Kälte. Aha, ok. So, gleich machen wir erst mal was zu essen. Weil ich krieg Hunger. Ich könnte natürlich auch einen Joghurt essen, aber ich hab Bock auf ein Whap. Schönes Whap mit Salat, Tomate, Zwiebel. Kommt doch gut. Nicht wahr wie die Puka zu dazu. Ist dann fein wie die Puka zu dazu. Nicht wahr? So, ich muss nach da hinten. Toll. Ab durch das Portal. Verschlissene Hütte. Ok, hier sind ja auch zwei Dorfbewohner. Die... Mal hier rumstehen. Die könnten einfach auch durchs Portal gehen. Könnten. Jenny! Da ist eine Jenny! Hier! Ha! Komm mal runter zu donner! Ah! Okay, hier ist kein Würfel. Aber hier ist ein Würfel Eine 14 bitte Was war das jetzt, eine 12? Ich habe das jetzt nicht gesehen Immerhin, ich bin Stufe 29 So Okay, hier ist nichts Die Truhe brauche ich nicht plündern Da ist eine Truhe Einer meiner Kiste Okay, alles klar Alles klar Er ist auf Level 40 Weg damit 420 Oha Die Angriffsgeschwindigkeit geht zwar noch weiter Ein bisschen weiter nach unten Aber alles andere geht nach oben Mhm Irgendwann wir uns kritisch auf Schaden Wir kriegen eine Gesundheit über Schaden Der geht aber weg Das geht weg Das geht weg Das geht weg Okay, ich habe noch Platz So Blinzen, Castor Kommt sofort raus Ich weiß, dass ihr da drin seid Du da Ich brauche kompetente Hilfe Meine dummen Lehrlinge Haben mich aus meinem eigenen Heim Ausgesperrt Du musst mir helfen Hier entlang Bestimmt durchwälzen sie meine Notizen Und Folianten Auf der Suche nach dunkler Magie Du musst hinein Bevor sie etwas freisetzen Das sie nicht begreifen können Nun Siehe Dieses Portal Bringt dich in mein Heim Ist das nicht eher was Für jemanden mit deinen magischen Fähigkeiten Da sieht man Dass du keine Ahnung von Portal Magie hast Man kann sein eigenes Portal nicht benutzen Äh, okay Und warum 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 kann man sein eigenes Portal nicht benutzen Das ist doch sein eigenes Das müsste eigentlich benutzbar sein Weil Naja, das ist ja seins Das ist ja Ah, das Portal hat meine körperliche Erscheinung Erkleinen lassen Wie ich befürchtet habe Portalmagie und nekromantische Energie Sind unverträglich Wie Öl und Wasser Oder Ska und das menschliche Gehör Meine dummen Lehrlinge Versuchen sich an dunklen Künsten Halte sie auf Bevor wir alle den Preis zahlen Mehr Steine um die Klinge zu schleifen Diese Seele verunreinigt jetzt die Gewässer der Unterwelt Jetzt werden Zauber abgefeuert Ja, der hat eine Dominanz Dämliche Pelze Ne 15 bitte Nice Von allen möglichen Sachen kriege ich ne Ne, scheiß eins Grabsporklone, okay Gigantischer Lehrling Öffne mir die Tür Geht nicht Kastor hat mich angegriffen Er ist verrückt geworden Er hat sich im Keller verschanzt und wendet das Bocce Sakrament an Das Bocce Sakrament? Dumme Lehrlinge! Kastor muss gestoppt werden! Blenzen Gebrauche deine elenden, gebrochenen Gebeine einmal zu etwas Gutem! Meister Ich will es versuchen! Au! Komm schon, steh auf! Ach, äh, 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 äh Hebe mich nur hoch Bin ganz schön klein geworden Jo, ich kann hier locker unterm Schul durchgehen immer Aber hier drunter komm ich nicht Dafür bin ich noch zu groß Aha Stell dich mal nicht so an Wie unüblich Sicherlich wusstest du, dass du dem Untergang gereist bist Dämliche Pelze Bald wirst du mir dienen Ihr werdet mir alle dienen Oh nein! Warum macht der nicht die Tür auf? Der kann doch jetzt stehen Warum lässt er seinen Meister nicht rein? Ist das ein blöder Idiot? Ich habe genug von dir gehört, Meister! Du willst uns doch nur die wahre Macht vorenthalten! Woho! Ist der blöd! Tja, den hat's ja mischt! Ah, jetzt komm ich natürlich nicht hier raus Versuchen! Dummer Lehrling! Das Botsche Sakrament ist ein nekromantischer Zauber, der den Anwender zum Skelett macht! Du hast weniger Macht als vorher! Das ist eine Frage der Perspektive! Das ist eine Frage der Perspektive! Das ist eine Frage der Perspektive! Mann, ich bin tot, das gibt's doch nicht. Ja, Red White Fuchs, darf ich mitmachen? Ich bin jetzt gerade dabei. Wo bin ich? Und ich bin jetzt hier. Alles klar. Mann, der hat mich fertig gemacht. Und Nero, nein. Der Boss ist nervtötend. Mann, derшихle Miss. Nee, Clif Iss that von mir ach ich habe jetzt die falsche waffe gehabt man also scheiße das habe ich schon mal geschafft ich kenne den boss ich brauche jetzt nur eine andere waffe am besten ich brauche einen eiszauber ich muss jetzt erst mal ein bisschen umstellen so nein ich habe ja was aufgesammelt gehabt ich muss weg gehen, da geht weg, da geht weg, da geht weg da geht auch weg so wo ist der Treiberauston, der wird nicht, ah der, der wird auch wenn die Abklingzeit ganz schön weiter nach oben geht jetzt schauen, Beuteglocke, ah die Beuteglocke muss ich aufbewahren Moment, wo sind die Ringe? ich habe noch zu wenige ich habe sogar einen legendären Ring so naja, versuch mal wieder ja hab geduld deine zeit ist bald gekommen Was ist das? zum ach mal ich musste nachladen Game over? Eher ein Was-wäre-wenn-Szenario Ja Na schön Na schön Na schön Du solltest den Ausdruck auf ihn sehen, was von deinem Gewicht übrig ist. Ach, der hat mich jetzt mit den einen Treffer da getroffen. Aha, diesmal nicht. Oh, der hat mich jetzt mit den Ausdruck auf ihn sehen, was von deinem Gewicht übrig ist. ich habe keine monotonen so eine scheiße mir ist die zauberkraft aufgegangen ich kann es kaum abwasen irgendetwas zu zaubern Das war's für heute. Nein, ich hatte keine Munition mehr. Ich hatte... Okay. Okay. Willkommen zurück auf der Party. Okay. Okay. Äh, tschu... Mann, ich hatte keine Munition mehr. Wie kann ich jetzt nochmal hier raus? Ich muss ja erstmal eine Munition nachladen. Ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja. Ach man, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Der hat sich mal wieder geheilt. Geht hier! Ja! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Man, der geht mir richtig auf die Nüsse. Was ist das? 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 Ich bin... Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Ich muss echt mehr Munition haben. Besonders für die Pistole. So, dann kann ich erstmal Prachthof, dann kann ich meine Munition erweitern. Was ist das? 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 Wie ich auch gemerkt habe, bist du auch schon über Level 30 geworden. So, ich habe ja voll Munition. Wieso muss ich denn jetzt so viel Kohle berappen? Ach ja, jetzt weiß ich. Je mehr ich auflevel, umso teurer wird es natürlich. Das ist doch nicht wahr. Ah. 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 Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah. Amen. Dieser gute Mensch ist so gut wie vor. Also weg ist er. So erstmal den. B-Mark benötigt Hilfe, um die wirklich echte Wissenschaft der Alchemie voranzutreiben. Aha. Äh, von wegen. Das ist aber scheiße. Er hat sich in Stein verwandelt. Verdammt und zugenäht. Die Lösung ist noch nicht bereit. Ich brauche reine Rotz-Essenz. Du findest sie in einer Höhle in der Nähe. Ah, ernsthaft? Ist ja widerlich. Reine Rotz-Essenz. Sonst geht's dem gut, oder was? Dieser Schrein ist der Göttin Grindana geweiht. Der Schutzpatronen der Erfahrung. Mhm. Reine Rotz-Essenz, immer. Das ist einfach... Hättet nicht was weniger Ekelhaftes sein können. Zum Beispiel ein Zehennagel eines Riesen. Das geht ja noch. Was Sie wissen, denn? Das ist ein Zehennagel. Das ist einfach... Ich weiß zwar nicht, was gerade passiert ist, aber... ...wieder aufgeladen! Was? Wo? Mann, sind sie mir auf die Nerven gegangen! Dann... Wer haben wir denn hier? Okay, dann... ...habe ich doch schon, aber okay... Ah, mein Ohr juckt... Ah, Moment! Schlimm! Schlimm! Ah, die könnte ich eigentlich weg tun... Ah, die ist ja nicht schlecht, aber zu wenig der Mensch! Nimm den Tod, hä? Okay... Zauber wird auf Anwender gewählt, zieht gegen eine Nähe an... Verlangsam 200... Na, der Schaden... Ne, Staatsreflexions geht nach unten, Zauberabklingzeit geht nach unten... Ach... Waaah... Ist nicht wahr... Ich hab gedacht, die liegt einfach so rum... Ein Ausbruch des Verderbens! Ah, was? Oh... Oh, was? Oh... 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 Diese Hände sind bereit für magisches Feuerwerk! Oh, das ist gut. Oh Okay Alchemie Wunderwachstum Ach Boah Da bin ich ja schlecht bei Ich schon dran denke Hm Macht aber zu deodant, macht aber zu wenig Damage Andere Sachen gehen weg Ich habe einen legendären Fischfirma Oh, den könnte ich eigentlich in den Tresor rein tun Weil Der macht jetzt auch zu wenig Damage Oh, ich kann noch eine Sache nehmen, okay Reine Rotzenzen Reine Rotzenzen Ist das der Rotz, den du brauchst? Perfekt! Damit kann ich die Lösung fertig stellen Jetzt bin ich auch gespannt Träufle diese Verbesserte Meereseigenlösung Auf den Seetang, der dir den Weg versperrt Ich bin der Weltbeste Alchemist Irgendwie glaube ich das funktioniert auch nicht Der Seetang schmilzt und gibt den Weg frei Oh Entschuldige, das ist etwas Das man als Alchemist manchmal einfach sagen muss Jede Quest zählt Oh, das schmeckt doch Jede Quest zählt Und ne Trophäe Das hat tatsächlich funktioniert hat Hör mal Moment Ich muss ja hier eigentlich noch Eins mitnehmen Da ist es nicht Das war das Den habe ich da auch fertig Wie fehlt ein Schreinteil? Bin ich blöd? Ich bin runtergefallen wie so ein Fettzer Kümmer Ich bin runtergefallen wie so ein Fettzer Kümmer Habe ich einen an der Waffe? Moment Ich äh äh Wait So Der erste Teil eines vergessenen Schreins Da habe ich auch Da habe ich halt auch Schreinteil Schreinteil Das ist ein Fremdteil auch Hä? 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 Äh Hä? 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 war ich schon einfach hier rosa kam ok das ich und so setzten die idioten ihre lange sinnlose mission fort sie latschten durch die ödnis die sie geschaffen hatten und zertrampelten dabei kostbare korallen unter ihren stil ist das nicht eher strandgut treibgut ist vom schiff gefallen strandgut wurde abgeworfen interessant darauf fällt mir nicht mal eine schnippische antwort ein lernen kann halt auch spaß machen seht ihr die zerstörung die sie zurücklässt eine ödnis voller kaputter spielzeuge die sich fragen warum sie von ihrem schöpfer verstoßen wurden aber das ist wohl alles nur um die bühne für dich aufzubauen schicksalsbringer nur zu könntest du nur die ganzen fische fragen die ihr eben vaporisiert hat was sie davon halten vom schicksal geeint zu sein da hat er nicht ganz ungerecht Du nimmst fleißig deine Proteine, oder? Lass was für meine Schrottsammlung. Ach, das ist Schrott. Du weißt nicht, was du da hast! Ich bin kein Zwerg. Nur stimmig und... Du hast wirklich ein sehr gutes Auge. Ich bin kein Zwerg. Ich bin kein Zwerg. Ich bin kein Zwerg. Oh, schlimm, das hat so gejuckt. Ich bin kein Zwerg. Lass mich mal sehen. Damit kannst du es krachen lassen. Ich bin kein Zwerg. Ich bin kein Zwerg. Ich bin kein Zwerg. Du wirst den Meeresgrund zu Fuß überqueren müssen, aber Vorsicht. Das Wasser mag weg sein, trotzdem lauern in den Tiefen noch viele Gefahren. In den tödlichen Kreaturen und Schiffswrack gibt es da auch noch jene, die da so verdammt sind für immer im Sand zu warten. Ich bin auf der Suche nach Blut, Beute und manchmal auch Liebe. Ist klar. Oha, das ist doch ziemlich groß. Winnie-Pooh, 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 Winnie-Pooh-Katze, läch dich da hin. Du Winnie-Pooh-Katze. Ach man, mein linkes Ohr juckt um die da. Das ist schlimm. Das ist schlimm. In den nächsten Augen. Das ist schlimm. Du gehst bei mir hoch! Ich muss sagen, alles zu schön, weg! Tief! Oah, ich muss beim Liefen reichen. Ja, ja, die armen Schweine, die ich erwischt habe. Neuer Strand. Was? Oh nein, was? Das gibt's doch nicht, was hat mich denn hier erwischt? Das Spiel ist noch nicht vorbei. Eine 15 bitte. Eine 12, kommt mir nicht schlecht. Was hat mich denn hier eigentlich erwischt? Hä? Ein Gitter versperrt euch den Weg und ein Kavalier steht davor. Ein Kavalier mit einem Piratenhut. Doch das ist kein schnöder Pirat. Sondern ein Skelett-Pirat! Bones Tweedwood. Ein Skelett! Töten wir es! Nein, 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 nein! Das ist kein Bösewicht! Es ist ein Gutwicht! Ein Gutwicht! Einer von den Guten! Das entscheide ich! Äh, okay. Das ist mal was anderes. Ahoi! Ich fordere Durchlass durch dieses Tor. Ei! Du willst also geradewegs durch das Tor des Pökelrits schlendern, ja? Na, du sprichst mit Bones Tweedwood, dem verfluchten Beschützer des sündlichen Tors! Und ich sage, klar doch! Hm. Das war verdächtig unkompliziert. Ja. Natürlich wird dir das leid tun. Das nerderliche Tor wird vom rachsüchtigen, mörderischen und sagenhaften Freibeuter Schadrösele Schatz verwacht. Der lässt dich nie durch! Außer, würdest du mir bei einer Mission helfen? Hohoho! Piraten-Quest! Piraten-Quest! Valentine, willst du die Piraten-Quest annehmen? Oh, aber sowas von! Haha! Willkommen in meiner Mannschaft! Aber ohne Polly, meinem getreuen vom Monculus, gibt es keine Piraten-Mission! Sie fiel einem schrecklichen Schicksal zum Opfer und wir müssen ihre Teile wieder zusammensetzen! Äh, okay... Das... Vorsicht, Mannschaft! Dieser Pirat, dem ihr helft, hat keinen einzigen treuen Knochen in seinen... äh... äh... Knochen! Alles klar! Das... äh... Ja... Das ist total logisch! Na! Ja! 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 ... Ich stehe! Ja! Hat... Weil der hat mich direkt durch das Tor gelassen und ähh... ...dat war... Total easy. Ich kann es kaum abwarten, irgendetwas zu zaubern. Wieso geht denn meine Raketen auf dem Boden? Bin ich zu dämlich zum Ballern oder was? Ja, 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 das wird doch schon wieder nach hinten losgehen. Die Borderlands Reihe ist bekannt dafür, dass du egal was du machst, irgendwie immer einen hast. Der hat Messer in der Rückenjagd. Oh, ne Schriftrolle. So. Mann, ich hab dich so halb runter und die Sonne blendet. Was haben wir denn hier? Eine definierte Rangliste. Meine Lieblings-Piraten-Wörter. Auf Platz 5 steht... Har, ein Klassiker. Dann... Holleraffe. Einfach tierisch gut. Auf Platz 3... Die... Landratte. Johoho. Zählt als ein Wort und kommt auf Platz 2. Und auf dem ersten Platz... Wie sollte es anders sein? Natürlich... Ahoi. Danke, dass du dir meine Schriftrolle angesehen hast. Streck den Daumen hoch, wenn sie dir gefallen hat. Und durchkämmen den Meeresboden, falls du weitere Inhalte suchst. Aha. Eine 17, bitte. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Ganz knapp drüber in den Back. Aber der 16. Kommt doch auch gut. Man, die Sonneblende! Das ist doch... Mh... Mh... Dieser Obelisk wird einen... äh... fetten... alten... Mampfer... heraufbeschwören. Mehr hab ich mir dazu nicht aufgeschrieben. Einfach platt machen! Aha. Okay. Dass... Dass der Obelisk direkt hier und diesmal um die Ecke ist, das ist doch... Oh, ich muss erst vorher was verkaufen. Hm. Der macht mir zu wenig damage. Der auch. Heißt... Und... ... 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 am Blitz heranfahren. Nach dem Zaubern verursacht der nächste Nahtkampfangriff eine Weile 16% mit stärkerem Rückstoß. Oh, okay. Okay. 325. Okay. 4 Zauberladungen. 6,7. 8,4. Aber macht mein Damage. Na komm. Tu ich weg. So. So. Bevor ich den Obelisken aktiviere... Okay. Okay. Das ist eine Falle. Das habe ich gleich gemerkt. An der Falle. Okay. Ich lasse mich nicht einengeln. Okay. Okay. Kein Würfel hier. Oh, es lockt mich ein. Ja, ist ja kein Problem. Man, die Sonne blendet. Das ist doch... Kannst du hier... Kannst du meine Blick nicht entkommen? Nee, erstmal tue ich was verkaufen. Wenn ich Platz im Inventer habe. Und... 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 Oh, das ist die winzige Rolle in diesem großen Stück. Der Magietrank ist wieder voll. Ich hab einen episch Schuss abgekriegt, okay. Ach, Zauberschuss und Kilomand. Äh, da liegt bei Blaus rum. Okay. Da ist der nicht gesehen. Schusswaffen fern, geht auch weg. Ja, so, dann kann ich das erst mal verkaufen. Okay, ich komme, nein, eigentlich komme ich mal nach hier oben. So. Jetzt habe ich mal wieder ein bisschen Gold in der Tasche. Ich habe Munitionen aufgefüllt. So, und jetzt kommt der Obelisk dran. Hmm. Ja. Das war's für heute. 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 Deswegen setze ich mein Bild auch auf. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Also, ähm... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, gut. Das war's für heute. 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 Oha. 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 Neue Aufträge. Da oben ist der Drache. Da ist der Kobold. Da ist der Kobold. Da ist der Pilz, den ich bekämpfe. Da ist der. Ich hasse dich. Und da ist der Hai. Da kommt noch was hin. Und da. Und da. Das heißt, da sind noch drei Obelisten. Drei Stück. Ne. Eins. Zwei. Drei. Ja. Drei Stück. Das Ding. Oha. 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 Soa. Der Fisch kann weg. Der macht nämlich nix. Vorsicht Einschlag. Der geht weg. Der geht weg. Der geht weg. Du kannst meinem Blick nicht entkommen! So! Mann, die Sonneblende, das ist doch... Die Taverne wird immer besser. Erstmal der hier auf dem Tisch. Den Pilz, den ich bekämpft habe. Ich hätte einfach eine Creme drauf tun können. Der hier, der ist auch hinlieber. Der Wilfern ist hinlieber. Der Hai ist auch hinlieber. Der beißt... So! Wenn du die wortgewandte Schmiede von gegenüber siehst, sag ihr, dass sie jederzeit auf ein Malzbier vorbeikommen kann. Okay? Okay. So, jetzt brauche ich natürlich auch Munition. Das ist uns wichtig. Quests. 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 Ich habe hier... Hier habe ich das ja auch gemacht. Ich habe mich vorgedrängelt. Das hat eine Frau in den Wahnsinn getrieben. Ha! Ja, alles klar. Das ist einfach für ein modernes Game ist das... Er hat für sein schlechtes Urteilsvermögen einen hohen Preis bezahlt. Haijäger des verlorenen Schutzes. Ihr kehrt zurück auf den Meeresboden zum verfluchten Piraten namens der Freudige Roy. Und nein, vergesst es. Ich werde seine Stimme nicht nachmachen. Jedenfalls ist der Freudige Roy weit weniger freudig, als sein Name verheißt, weil er einen Satz Perlen verloren hat, für die er einen horrenden Preis bezahlt hat. Ha! 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 Äh, okay. Hilf diesen Armen rastnose Seele. Na los! Auf zum Meeresboden, wo ein ruheloser Geist, äh, na du weißt schon, äh, keine Ruhe findet und so. Ha! Das ist... gut. Was zum... Wieso hat sich das Schild da plötzlich wieder verschlechtert? Das war doch grad geladen, was zum... ach... So, jetzt mach ich erstmal eben ne kleine Pause und dann, äh, 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 mach ich mir was zu essen, weil ich hab, äh, Hunger. Und das dauert ungefähr 10 Minuten, was zu machen, also dann bis gleich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich lasse mich nicht einengen! Immer im Kreis rum, rum 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 Vielen Dank. 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 so endet deine winzige Rolle in diesem großen sch... ich bin unaufhandbar keiner hält mich auf viele haben es versucht und alle sind gescheitert tch 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 hey gib mir ein Kuss tch tch och der arme Hai Aha, da oben. Da muss ich so rum. Könnte runterjumpen, aber das will nicht. Burn baby burn, burn baby burn. Willkommen zu deinem Schicksal. Es liegt was in der Luft. Gah! 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 Ja! Gah! Ich hab nicht getroffen! Wer war. bin ich da Scheiße drin. Cooler Presser. In den Rücken geballert. Du hättest mehr mitbringen sollen. Jetzt werden Zauber abgefeuert. Diese Haie legen sich nicht nochmal mit mir an. Da tun die nie wieder. Könnt ihr auch nicht mehr. Okay, da ist eine Treppe noch oben. Du kannst meinem Blick nicht entkommen. Kommen! Und dann... Irgendwie alles so ein bisschen schräg. Nup. Nup. Und ich. So viel Loot. So. Jetzt eben wieder was essen. So. 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 Ich bin schlecht im Kämpfen! Oh, okay. Polly's Augenklappe. Mehr ein Mode-Statement als alles andere. Ja toll, jetzt sehe ich so ein Auge. Ich hätte sowieso hierhin genommen müssen, okay? Das ist ein Freund. 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 Was ist denn das? Ich bin schlecht im Klang. Ich bin ewig. Das ist ein Freund. Bones Wallade. Polly's Steuerklappen. Das ist gut, der Flügel zu sein. Das sind die Steuerklappen, die halten Polly in der Luft, um nach Segeln am ehemaligen Horizont Ausschau zu halten. Ah, ha. Der Sturm kommt, um dich zu holen. Jetzt knack den Panzer! Wir brauchen den Schnabel! Du bist mächtig, aber ich habe das Ende von Göttern erlebt. Das ist Pollys Signalschnabel! Bald wird sie wieder kränzend sein! Sie ist fast fertig! Jetzt fehlt nur noch ihr polymagischer Kern! Sie wird natürlich von Seelenenergie angetrieben! Was zum Teufel war das? Ich hab's befürchtet! Das ist der zuvor erwähnte Mobili Dick! Der Mannschaftsbeißer! Die Geißel des Salzes und des Sand! Vorsicht, Mannschaft! Aha! So! Wieder eben kurz was essen! Hm! 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 ich muss schon wieder ich hab mal wieder zu viel sachen ich muss mein inventar vergrößern so lange der action skill aktiv ist wird der gefährten schon um 20 prozent erhöht ach so kann man sie uns so war so ok kanonisierungs zauber sind scheiße ist einfach so bei ja weil sie scheiße sind So, eine ächzende Wolke! Äh, äh, ist klar, der weicht mal eben so zur Seite aus. Ich muss jetzt ausgerechnet mein rechtes Ohr wieder anfangen zu jucken. Burn, Baby, burn! So hart war der nicht! Ja, er muss den Kern am Stück verschluckt haben! Genau das Teil, das wir brauchen! Der Magietrank ist wieder voll! Sowohl polymagisch als auch polymagisch. Okay. Der Zusammenbau eines Wormonkulos erfordert jahrelange Arkana-Ausbildung und präzise Handwerkskunst. Aber davon lasse ich mich nicht aufhalten. Klatsch den Schnabel dran! Ich hab' mal wieder zu viele Sachen! Ich muss erst mal Sachen verkaufen! Oh Gott, mein rechtes Ohr juckt mir! Oh Gott, mein rechtes Ohr juckt mir! Ohhhh! So viel besser! Ohhhh! So viel besser! Ohhhh! Waffenschein plus neun Prozent, Zauberabgang, Geschwindigkeit! So! Weil der hat 50 Sekunden abgeringende Geschwindigkeit, der hat 25, das ist das schnellste. Der hat 45 und der hat 60 Sekunden. Das ist der zwar schnellste, aber der hier macht ordentlich einen solchen Sturm. Der ist richtig heftig! 20 Sekunden Dauer, 111 pro Sekunde an Giftschaden, Elementarprojektile machen und ich damit und so weiter und so weiter. Oh, der ist... Der ist ja hier direkt um die Ecke! Da ist sie! Ohhhh! 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 Sie ist zurück von den Toten! Was nützt uns dieser Fumunculus? Polly ist mein Navigator! Wenn wir LeChance angreifen und das nörderliche Tor öffnen wollen, brauchen wir die Hilfe meiner alten Mannschaft! Finde sie Polly! Spüre sie auf! Spüre sie auf! Spüre sie auf! Aaaaah! Schatröse LeChance ist nicht nur ein mächtiger Pirat! Man kann ihn nicht töten! Auf seiner Mannschaft liegt ein seltener Fluch, genannt Anschlagrüstung! Ich kenne ihn gut, denn er lasse doch auf mir! Wir brauchen mehr als Waffen und Schiffe um ihn zu besiegen! Aha! Oh! Oh! Alles klar! Als erstes aber muss ich erstmal in der Pracht durchgehen und Sachen verkaufen! Nicht harmonisch! In der Prachtung geht es bara um plain, Zeit getahnt ... ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Endlich ein verdammtes Rundes! Pestruferkraft geht natürlich durch die Deckel. Schusswaffenstamm plus 10,8% Schusswaffen und Beschwingungsgeschwindigkeit. Guckt uns jemand an? Das mag ich nicht! Ach, die nehmen's von den Lebenden! Ganz schön Metal! 51 mal 13 ist ein bisschen zu wenig. Das auch! Ah, ah, ah! 458? Ah! 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 Soll er! Die Zwerge kennen mich als Angebotsboote. Liebe Wuhn! Ne. So, wie viel Platz habe ich denn? Okay, ich kann 30 Stück mitnehmen. Okay, okay. So. Dann wollen wir mal den ersten Mat finden. Zwei Köpfe sind besser. Ja, ja, ich bringe dich zurück ins Grab, sobald der Vertrag ausgelaufen ist. Ich esse ja gerade einen Whap mit Tomate und Zwiebeln. Und das ist ziemlich lecker, weil das ziemlich lecker ist. So. 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 Ist da ein Glückswüffel? Oh, äh, wie man nachgucken als, äh, 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 nicht nachgucken. Aber hier ist kein Glückswüffel. Zumindest sehe ich hier keinen. Also, das ist ein Glückswüffel. Oh, der uns nicht schreckt. Nein, das ist mein erster Mann und seine Kumpane. Sie hört dir eher zu, wenn du eine Schlägerei mit ihnen angefangen hast. Fordere ihn zum Duell. Wie wär's, sollen wir uns gegenseitig umbringen? Hört ihr das? Da ist jemand auf einem Kampf auf. Das wäre kein fairer Kampf für dich. Wir haben die Anschlagrüstung. Und meine Grocktasse ist immer noch voll mit alkoholfreiem Gebräu. Gut. Wie bringen wir ihn dazu, zu kämpfen? Ganz einfach. Piratenregel 27B. Verschütteter Grock muss gerecht werden. Mach seine Tasse kaputt. Äh, okay. Okay. Die haben komische Regeln. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Für uns steckt er mit Tränen. Trink nicht selbst, wenn es mit Tränen oder... Den Kork, der uns nicht schreckt. Wir suchen uns leider auf über der Gewalt. Du hast gegen Piratenregel 27B verstoßen. Das ist ein gravierender Bruch der Etikette. Schon mal gegen einen Seemann gekämpft? Das ist genau, was ich im Sinn habe. Warum sollte? Du kämpfst bestimmt wie ein Milchbauer. Warum schnappen wir nach Luft? Weil wir gerade herausgefordert wurden zu einem Duell der Beleidung. So machen Piraten das. Du musst ihn mit der schärfsten. Gemeinste Erwiderung treffen, die ihm 20 Jahre später noch Albträume bereitet. Oder du verlierst das Duell. Wir brauchen Optionen. Äh, okay, äh, okay, das ist mal was Neues. Lies Valentines Beleidigung. Dies Freds Beleidigung. Dies Beleidigung des Neulings. Ach, komm schon! Hm. Valentines, äh, das wird doch irgendwie nicht... Nein, 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 nein. Freds Beleidigung, nee. Nee. Deine Mutter ist vermutlich eine bezaubernde Dame. Aber ich glaube, sie wäre nicht mit deinem Beruf einverstanden. Niemand redet so über Deborah Schussbruch. Ich lasse dich gehen holen. Du machst mich wahnsinnig. Sicherlich wusstest du, dass du den Untergang geweiht bist. So gut, so gut. Au, 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 Bones, du alter Mann. Du sagtest, die Anschlagrüstung würde uns schützen. Haha, oh, Danny Schussbruch. Nur weil du nicht stirbst, heißt das nicht, dass es nicht wehtut. Jetzt macht wieder mal meiner Mannschaft mit und helft uns, schadröse eine Chance zu besiegen. Hurra! Jetzt müssen wir nur noch ein paar Crewmitglieder finden. Und ich weiß auch schon wo. Holly, setz Kurs auf Port Blinder. My, meine Beleidigung hat gesessen. Alles klar. Ich hatte ja die Wahl. Ich glaube, Freds Beleidigung wäre nicht gut genug gewesen und Valentine, der hätte sowieso missgebaut. Warum? Ich habe ja auch was. Was ist das? Viel gelernt, mein Schüler! Nimm deinen letzten Atemzug! Oh, meine Zauberslots kribbeln! Oh, hier sind Rätsel! Machst du dieses Rätsel oder...? Wow, das ist also... Wow, also da hat Tina aber so richtig Lust. Beim anderen Rätsel hat sie gesagt, Rätsel. Rätsel, 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 Rätsel. Und hier, jo, machst du das Rätsel oder... Das ist so richtig, ähm, ja, ermutigend. Hm, 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 hm. Oh, was haben wir da? Möbel. Komm her, komm her, komm her! Burn, baby, burn! Geh schnell in das finstere Jenseits! Eine Truhe... Ach, übrigens, äh, ich hab was von dir gesehen! Du warst ganz schön enttäuscht, als du die Truhe aufgemacht hast. Und nur ne grüne Waffe gefunden hast. Kann ich verstehen. Das ist, ähm... Kann ich verstehen. So wie wenn man eins würfelt bei so einem Würfel. Das war... Schicksalhafte Wendung. Der Krieg der Krabben! Ich habe alle getötet, die mir im Weg standen. Ich habe meine Scheren mit den Eingeweiden meiner toten Feinde geschmückt. Mein neuerlangtes Bewusstsein dürstete nach Eroberung. Nach dem Wissen, dass andere mich, Chela, die Unwändige fürchten. Doch dann stieß ich auf einen neuen Gegner, den ich nicht mit Scheren erobern konnte. Ihr Name war Merus, die Barmherzige. Die wunderschönste Krabbe, die meine Augen je erblickten. Und ich verliebte mich in sie. Äh, okay... Das, ähm... Meh, muss ich nicht verstehen. Ah, mein inges Auge! So, eine 20 bitte. Ich träg die volle Punktzahl. Mehr Glück für dich, Mamacita! Nur 18! Ganz knapp daneben. Aber... Nur 18. Kommt doch gut. Klar! Ein, ein, ein Magazin! Ein, ein Magazin! Und Nachladezeit 0,9! Das ist, ey, die Waffe ist so scheiße! Du hast ihn schwach! Äh... Ne, die geht weg! Ne! 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 Auch nicht! Pestruferkraft, Schusswaffenhunterung, Blitzern... Oha... Tut sind weg! Grabspross! Okay... Aber er geht weg! Rüstungsfarbe leuchtendes Goldrotenkrom... Hab' ich ja schon... Okay, ich kann noch... Zuf... 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 Das ist eine Art Wirbelwind. Äh, was muss ich jetzt machen? Ach so, ja, ich muss ja erst ein paar Sachen verkaufen. Ja, ich muss jetzt ein paar Sachen verkaufen. Äh, äh? Ja. Waren wir bereit? Pfff. 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 Munition, Munition. Das ist ja witzig. Was? Wer hat das gesagt? Brauchst du was von mir, Brezensalze? Oha, nicht schlecht. Nicht schlecht. Die ist sogar noch besser. Du hast wirklich ein sehr gutes Auge. Ach, Bolzen mal wieder. Oh, die Pumpgang ist scheiße. Eine richtig ordentliche Pumpgang mal wieder. Du weißt, wo du mich händest. 3 Stunden, 30 Minuten und 30 Sekunden. Irgendwann habe ich wieder Platz in meinen Rucksack. Und ich brauche alleine schon über 2 Millionen. Damit ich meinen Rucksack erweitern kann. Ich muss aber auch meinen Munitionsvorrat erweitern. Das kostet alles teuer Geld. Und ich bin mal sehr gut. Okay. Wie geht's? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Beinah, weil ich doch wieder gefahren habe. Beinah. Okay. Okay, Entschuldigung, ich muss aber erstmal wieder was essen. Okay, Entschuldigung. Na, wieso komm ich nicht hin? Ah, was war das denn? Ich kann es kaum abwarten, irgendetwas zu zaubern. Das Schicksal hat eine weitere Seite gezupft. Ich muss jetzt tatsächlich da runter. Okay. Hm. Es ist so schockierend. Oh. Magie wurde soeben wieder auf die Karte gesetzt. Okay. 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 Ja. Genau deshalb gehe ich auf dem Build mit den Damage von den Effekten. Weil die lange anhalten. Freudiger Roy. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Tust du einem Plünderkollegen einen Gefallen für einen gerechten Lohn, versteht sich? Gehe zuerst zum Wrack meines Schiffs, der Carol Ann. Meine einzige Liebe. Abgesehen von der See ist ja klar, aber die See ist jetzt futsch, also bleibt mir nur das Schiff. Vor langer Zeit klauten ich und die Jungsperlen aus einem Schrein von Chamberling, der Bastardkönigin, deren zahniges Gesicht hier neben mir steht. Mhm. Zur Strafe schlugen ihre blutigen Flossen die Wellen so hoch, dass die Carol Ann kenterte. Unsere Seelen stürzten in die Tiefe und wir wurden für alle Ewigkeit zum Untod verdammt. Jetzt will ich die Perlen zurück. Ich habe meine Mannschaft entspannt, um zu holen, was uns gehört. Aber keiner kam je zurück. Ah, Chamberlain, der Schwall der Rache, Meeresgott und unliebsamer Fisch. Kein Wunder, dass ihr gekentert seid. Nein, voll recht. Aber ich finde ich und meine Mannschaft haben teuer für eine Beute bezahlt, die uns genommen wurde. Okay. Da ist ja hier direkt um die Ecke. Ich bin nicht in die Ecke. Ich bin nicht verstanden, dass ich die Alien-Band mehr ger friendlich bin. Ich bin nicht allein. Ich bin ja bei mir. Ich bin nicht zu zweitlich. Ich bin da. Und dann bin ich in der Nähe. Ich bin da. Ich bin da. Also das ist dann. Irgendwie habe ich das Gefühl, der wird mich verraten. Ich weiß nicht, welcher Finstern ist. Jetzt halten die Augen offen. Die Perlen können nicht weit sein. Alles, was glitzert in der See, ist mein Eigentum. Der Wellenbeute ist mein Schatz. Und was darunter liegt, mein Königreich. Das mag ja sein, Chambali, aber es fällt mir schwer, Wellen hier im Sand zu entdecken. Dann stell dich dem krachenden Zorn meines Gefolges. Wertvoller als ein Gallenstein, aber genauso schmerzhaft. Gut gemacht, Matrose. Hier liegen irgendwo noch mehr rum. Also beeil dich. Ich bin Chambali, die Seezapplerin. Die Herrin der Stürme. Und ich werde Rache nehmen. Und jetzt die Herrin der Königin der Pfützen. Herrin der niedrigsten Blut, die je ein Seemann gesehen hat. Niemand, der mich beraubt, überlebt. Ich habe Berge ertränkt und Meere getrunken. Wie soll das denn gehen? Und ich habe mal einen Möwe mit meiner Mütze und einem Stiefelriemen gefangen. Aber gebe ich vielleicht an. Oh Gott, die haben echt Probleme. Na, na. 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 Das war's für heute. So, ich tue jetzt erst eben mein Web aufessen. So, ich tue jetzt schon mal. So, ich tue jetzt schon mal. Winnie-Poo-Katze-Tatze. So, mein Web ist auf. Tomate und Zwiebel sind auf. Eben ein bisschen Multivitaminsaft trinken. Ah. Äh, teuer. So. Und weiter geht's. Wie bald wir diese bösen Jungs Arsch trinken können. Ah. Okay. Nicht so weit. Bleib fett von mir Fleischsack. Du bist so... feucht! Crash! Wir werden Zauber abgefeuert! Äh... Crash ist... gecrashed. Weil... naja... Crash ist halt gecrashed. Noch ne Perle... Da! Hey! Gib da sofort wieder zurück, du kleine Zahndolster! Das ist mein Holzmein! Die Könige Volker warten! Die Könige! 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 Ja So. Jetzt tue ich erstmal mit ein paar Sachen umsetzen. Ironische Statuenpose unbezwingbar. Oha! Und Rüstungsfarbe. Sandbank zu Jahn. Metall. Nicht schlecht. So, die habe ich auch. Der eine ist so kopflos. So groß war der Schiff nun auch nicht. Ich kann einen Prachthof sehen. So groß war der Schiff. z vor allem ist so mit Ruhe und dann nur zwei grüne Sachen das Schiff ist doch schon was anderes ja schon wieder nur grün so ausgezeichnet Patrose das waren alle Eile zurück um dir einen Lohn zu holen ah deswegen ok ok so ok deswegen wäre ich da nicht dran gekommen zwei gehabt eine 15 bitte ach ne 1 ne 1 so ne scheiße schon wieder ich hab zwar ne epische Sache aus der Tor gezogen aber ne 1 das ist so scheiße ich hab 1666 Beutel gelückt das ist ähm ne 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 Vielen Dank. Abgangszeit von 40 Sekunden, Dauer 15 Sekunden, 4 Sumpftotems. Dauer 15 Sekunden, 4 Sumpft. Volle Zauberkraft! Du solltest den Ausdruck auf dem sehen, was von deinem Gesicht übrig steht. Ja, töte, töte für deinen Meister! Typisch, mein Inventar ist mal wieder voll! Oh, 7,455! 10% Beutelglück! 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 11% Beutelglück! 11% Beutelglück! 11% Beutelglück! Die Perlen gehören mir. Bring sie zu meinem Schrank zurück. Oder lerne meinen Zock kennen. Na toll, was soll ich denn machen? Bringt Schameli die Perlen zurück oder gibt dem freudigen Roy die Perlen? Baaah! Warte, ja, hmm, hmm, hmm. Wie soll ich den dir jetzt geben? Ihm? Oder hier. Na, das ist nicht so einfach. Weil egal, wenn man beim ersten Mal durchspielt, hast du ja die Qual der Wahl. Du kannst entweder es dem Bräuligen Roy geben oder der Tombly. Beim zweiten Durchspielen kannst du dir anders machen. Ist ja so eine Sache. Du hast diese Perlen redlich verdient. Bekomme ich jetzt meinen Lohn? Du willst Lohn? Ich werde dir zeigen, welchen Lohn du für deine Ketzerei verdienst. Und meine Zähne mit deinem Blut rot werden. Du bist ja ganz schön versummt. Du bist ja ganz schön versummt. Okay. Okay. Beurehrate. Verbrauchte zwei Schuss, war ja klar. Aber okay. Ich hab mir gedacht, wenn ich... Ich hab mir gedacht, wenn ich... Ich hab mir gedacht, wenn ich... das dem Roy gebe, wird diese komische Statue, die da aufleuchtet, sowieso da bin ich. Und wenn ich, äh, die Perlen da vor der Statue platziere, bitte wohl mich angreifen, sowieso. Einer wird mich sowieso immer angreifen. Ach, weil nix ist auch juckt schon wieder. Oh, schlimm. Alter, wie geht's? Mäntel am Hagen. Wenn du hungrig bist, wir haben Kekse und Eiscreme. Da fällt mir gerade auf, dass ich hier in der Stadt noch nie Gemüse gesehen habe. Ja. Okay. Okay. Untertitelung. BR 2018 Oh, there's a few doors. 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 Mein altes Ich ist tot. Es lebe mein neues, modischeres Ich. Oh, there's a few doors. 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 So. 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 Oh, my God. So. 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 Is. So. viel vergnügen dabei und ich wusste wieder ja dann wünsche ich euch wie gesagt einen schönen donnerstag viel spaß bei games zocken oder streamen also ich tue ja games zocken und streamen oder andere tun streamen und dabei games zocken das kann jeder halten und sehen wie er will ich weiß auch bei youtube gucken oder dvd gucken oder oldschool mäßig videokassette gucken ich habe auch noch video kassetten und videokassetten rekorde ob das jetzt noch funktioniert weiß ich nicht aber ich hab's ich hab's ja dann wünsche ich euch auch viel spaß zum beispiel bei einkaufen gehen oder pennen gehen oder einen ausflug machen mit der familie oder ein spieleamt mit der familie oder die nacht durchzocken oder was auch immer so lange alles auf den seiten des lichts und alles auf den seiten der guten ist will ich euch viel spaß und viel vergnügen und ich muss schon wieder gehen entschuldigt bitte tja dann sage ich nochmal danke 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 dann sage ich hiermit beiçu diesen stream von tinytinas want Elena Part five pan僧 und brygb bis zum nächsten mal bin ich Яwام 매ie wieder zocken und dann streame tja danach sage ich mir danke danke dänke 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 verteidnis blեmbar undico zu diesem stream bei Bilion stream solche rimet by 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 bei und dann bis zum nächsten mal bin ich kleine china soern und zocker und streamer. Dann tschau tschau.